Wahnsinn. Ja, also nachdem uns das... Ja, ja. Nachdem ist das eigentlich so mir, beziehungsweise uns, ich brauche... Hallo? Hört man mich? Okay, du musst ein bisschen lau... äh, ich brauche, glaube ich, mich zu erklären, wie wir heißen, oder? Wisst ihr denn auch, wie wir auf den Namen gekommen sind? Okay, also das ist in der ersten Fall nicht so eine gleiche Formatur. Und soll die ersten beiden Buchstaben von uns jeweils geben diesen Namen Yamatami? Wirst du denn, wie die ersten beiden Buchstaben gehören? Ja! Du musst das denken, oder? Ja, ich rufe es. Vielleicht alle gleichzeitig. Ich lauter, wir hören die ersten beiden Buchstaben. Ja! Ja, aber... Bisschen zu leise, glaube ich. Oh, ja. Hallo! Oh, ich höre mal jetzt ganz laut. Okay, ein Riesenapplaus für die liebe Jazz! Wuh! Wuh! Was? Das ist ja ein Rer von Yamatami. So, jetzt sagen wir ja. Ja. Jetzt fehlt Ma. Das ist... Matthias? Matthias? Matthias! Matt, zeig, wer ist Matt? Äh, du? Du? Das ist der liebe Matt. Applaus für den lieben Matt! So, was haben wir denn da jetzt noch heute? Ja, danach? Danach? Was meint ihr, was danach kommt? Oh, die Mia! Jetzt haben wir... Ja, jetzt... Es ist ein bisschen durcheinander, ne? Ja. Wir hatten das Ja, wir hatten das Ma. Matt, 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 Matt! Ja! Applaus für T.A.T.A.M.A.! So, jetzt sind wir doch vollständig, oder? Jetzt sind wir ja, Matt, hat. Ja, das war es denn. Nein! Da fehlt noch jemand, oder? Ja! Wer fehlt denn da? Ja! Das ist die Miriam. Applaus für die liebe Miriam! Und zusammen sind wir! Ja!